Yo, yo, yo und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von meiner Seite. Ja heute geht es um das beste und gleichzeitig günstigste YouTube Equipment, was es so aktuell auf dem deutschen Markt zu finden gibt in den Kategorien PC, Capture Card, Mikrofon und Software. Also gleichzeitig das beste, das günstigste und auch der Mittelweg, hier seht ihr nochmal alles, drei aufgelistet und wie gesagt, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum und fangen direkt an, ich werde euch das natürlich alles erklären und auch euch die Preise nennen, ich gehe übrigens von einem Let's Player aus und es ist alles meine Meinung, also wir fangen mit gut und günstig an. Hier als PC Software zum Capturen würde ich euch definitiv die Open Broadcaster Software, die ihr hier im Hintergrund seht, sehen, ist free, könnt ihr auf ubsproject.com runterladen und ist wirklich eine sehr ambitionierte Software eigentlich schon, die auch live streamen kann, also hier wirklich ein definitives Empfehlen, wobei es bei Windows hier ein paar mehr Probleme gibt. Einen PC für einen Let's Player würde ich bereits im Bereich 500 Euro sehen, Prozessor vor Grafikkarte hier, denn das ist nicht so wichtig, weil, jetzt kommt's, zum einen habt ihr als Headset, würde ich euch so empfehlen für Let's Play, das Sennheiser PC 320 ist jetzt etwas so im Bereich 50 bis 80 Euro, ist so das, was ich so empfehlen würde. Dann als Capture Card, damit meine ich dann zum Beispiel Elgato oder, das ist jetzt eben der große Knackpunkt, die Avimedia Game Capture HD 2, die wir jetzt hier gleich sehen werden und die nimmt eben ohne PC auf, das heißt, ihr müsst halt keinen PC haben und die Grafikkarte wird eben nicht so anspruchsvoll genutzt, wie zum Beispiel Elgato das so anbietet, sag ich mal und deswegen, das geht allerdings, die lässt, hier seht ihr nochmal die Anschlüsse, hat leider nicht so viel Option, also ihr könnt keinen Großmembraner da zum Beispiel anschließen, aber ich denke, so im Gut und Günstig Bereich ist das wirklich das günstigste und gleichzeitig das Beste, ihr müsst eine HDD einbauen, ansonsten, wenn ihr über USB 3.0 extern eine Festplatte anschließt, kann es zu Aufnahmefehlern kommen, bei der HDD gar nicht, ich habe ganz, ganz viele mit der gemacht und ich kann wirklich sehr, sehr gut über die Avimedia Game Capture HD 2 für ihre Zwecke sprechen, also hier wirklich ein sehr, sehr gutes Plus, meiner Meinung nach. Dann, das Letzte ist natürlich die Videosoftware und da reicht Video Deluxe 2015, Magix ist führend auf dem Gebiet, kostet aktuell 40 Euro, nicht die neueste Version, sondern mit der, die tut es auch vor allen Dingen, weil die auch die 64-Bit-Unterstützung hat und deswegen reicht die völlig aus und ihr seid noch wirklich gut ausgerüstet und habt noch nicht so viel Geld raus, sag ich mal und jetzt gehen wir aber zu gut über und zwar würde ich euch hier auch die Open Broadcaster Software empfehlen, habe ich euch ja gerade eben schon gesagt, warum, ähm, die ist wirklich für jeden zu empfehlen, auch, äh, habe ich die eben Ambitionierten drin, hier habt ihr den PC, da empfehle ich euch auch den gleichen, was heißt den gleichen, also ein PC für ca. 500 Euro, da ist natürlich kein Apple drin, aber, äh, und der Unterschied ist jetzt hier, dass ich hier einen Großmembraner empfehle, weil ich denke ein Großmembraner oder ein Mikrofon, das gehobener ist, gehört da definitiv dazu und, äh, wenn man das klug macht, schafft man zwar auch schon für 50 Euro etwas im, ähm, Großmembraner-Bereich zu kaufen, aber das ist dann leider nicht ebenso wie hier das Team und SC450 ist das gerade eben gewesen. Hier seht ihr nochmal die Avamedia Game Capture AD2, das ist wie gesagt genau das gleiche, auch an Software habe ich genau das gleiche, ihr müsst bei Magix übrigens die Plus-Version nehmen, auch schon im guten, äh, im gut und günstig Bereich, denn die lässt Keyframes zu, die anderen nicht und hat viel mehr Blenden und, ja, jetzt kommen wir aber auch schon zum ambitionierten Bereich und ich sehe mich selber so als ambitionierter, einer der gerne Videos machen will, einer der Lust darauf hat und der sich nicht von der Technik einengen lassen möchte, sondern seinen kreativen Sachen freien Lauf lassen möchte, deswegen als PC-Capture-Programm neben der Open Broadcaster-Software nochmal, Fraps ist im Prinzip ja genau das gleiche, einfach falls die Open Broadcaster, das passiert, manchmal ausfällt, dass man dann eben noch auf Fraps zurückgreifen kann, kostet das, muss man haben, muss man eigentlich nicht haben, jetzt zu PC, da würde ich euch auf jeden Fall ein Apple empfehlen, ganz klar, denn er ist hier wirklich absolut führend, kostet mindestens, wenn man eine Apple haben will, 1500 Euro, Windows würde ich vielleicht 200 Euro weniger, aber, äh, etwa so passt und wenn ihr, wie gesagt, ambitioniert sein wollt, dann würde ich euch wirklich den Apple dringendst empfehlen, ich würde jetzt auch wirklich Laptop oder Mobilität vor, äh, Riesenbildschirm sagen, ähm, als Großmembraner seid ihr ungeschlagen mit dem Rode NT1-A, das lässt nach oben sehr viel übrig und ist trotzdem vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut, auch noch über dem T1-S T450 und ihr habt einfach mit dem NT1-A die beste Lösung, ich nehme übrigens auch mit dem NT1-A auf, äh, gleichzeitig braucht ihr natürlich noch ein Mischpult, aber durch so einen Pre-Amper, also Pre eben, habt ihr die Möglichkeit schon davor eure, eurem Sound zu bearbeiten und das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr, äh, sparend, das lässt euch sehr, sehr viel offen und das kostet alles insgesamt, hier seht ihr ja die Preise 280 Euro in etwa, bei mir waren es jetzt 300, aber man muss auch Ständer und sowas dazu berechnen, als Capture Card würde ich für die ambitionierten definitiv die HD60S auswählen, denn die kann zum einen mit der Open Broadcaster Software und mit dem Elgato eigenen Programm mit super Bitrad und auch super Streaming aufnehmen, kostet 180 Euro, für die ambitionierten richtig gut und jetzt hier als Schnittprogramm würde ich euch Apple, schnacken wir nicht lange drum rum, nehmen wir Final Cut Pro und, äh, für Windows würde ich euch Vegas Pro empfehlen, das ist ein Programm, was mir selber nicht gefällt, aber einfach von der Oberfläche her, aber es ist eben ein gutes Programm, ich habe es niemals genutzt, ich nutze Final Cut Pro, bin ich super mit zufrieden, es kostet also circa 275 Euro, ihr habt ja die Einzelpreise gerade gesehen und das war es dann auch schon, also gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür, dass ich euch das günstigste, das gutes und das beste YouTube Equipment so im ambitionierten Bereich vorstelle, ich sage bis zum nächsten Mal, bis dann Leute, ciao!